Hier stellen wir jetzt die Radmontagehilfe Kunzer WK RMH 65 vor. Vorne keine Rahmenbauteile, um auch bei Scherenbühnen problemlos anfahren zu können. Bei schweren großen Rädern können zusätzlich noch Gewichte ausgeklappt werden. Damit schwere Reifen ein Gegengewicht haben. Akku und Ladegerät sind hier im Fußteil integriert, sodass ich nur einen Kaltstromanschluss benötige, um zu laden. Scherenbühnen Vielen Dank.